Im Januar und Februar gibt es wenig Schnee. Oft ist es mild und regnerisch. Die wenigen sonnigen Tage nutze ich nach Möglichkeit aus. Traditionell ist eine der ersten Arbeiten das Schreddern des Weihnachtsbaums. So, wir schuhen uns das mal eben an. Ja, so sieht das dann aus. Aber jetzt müssen wir erst mal eben hier den Stamm zersägen. Das geht hier ganz super. So, wer fetzt da durch, ne? Wahnsinn. Ja, so wünscht man sich das, ne? Okay. Schutz drauf. Akku raus. Dann passt das hier in die Blechkiste. Da war ja von Stiel so ein Ding dabei, wo das reingehörte. Also das war der letzte Mist, muss ich ganz klar sagen. So ein Blechkasten ist da dreimal besser. Also hier diese größeren Stücke, die lege ich auf den Altholzhaufen. Ja, hier nur noch eine Tanne da. Drei waren es mal. Die war übrigens extrem preisgünstig, aber das hatte ich glaube schon mal erzählt. Also wenn man die als kleine Bäume kauft, kosten die so gut wie nichts. Und dann so nach sieben, acht Jahren kann man dann anfangen. Und kann die dann als Weihnachtsbäume nehmen. So drei, vier Jahre lang. Die sind ja auch ganz problemlos gewachsen und richtig schön geworden. Ohne irgendwelchen... Guck mal, die Spitze habe ich vergessen zu machen, ne? Ne, ist egal. So. Ohne irgendwelchen Heckmeck. In der Weihnachtsbaumkultur müssen die ja speziell irgendwie erzogen werden. Das braucht man im Garten nicht. Also ich zumindest brauche das hier nicht. Man kann nur sagen, nö, diese Nordmantan, selber angepflanzt. An so einer Gartenecke wie hier vorne, wo man sowieso nur Büsche hat. Das ist eine feine Sache. Es ist frostfrei. So, was machen wir heute morgen? Also ich will mal meinen Apfelbaum ein bisschen zurückschneiden. Und da gehen wir jetzt hin. Ich habe ihn mir schon angeguckt. Und dann machen wir das mal. Dann erkläre ich mal ein bisschen dazu, warum ich dann so und nicht anders schneide. Das muss man schon wissen irgendwo. Der hat ja gut getragen im letzten Sommer. Der Apfelbaum. Den habe ich vor drei Jahren im Winter kräftig zurückgeschnitten. Im folgenden Frühjahr ist er explodiert. Und dann habe ich ihn im Sommer behutsam zurückgeschnitten. Und darauf hat er ganz toll reagiert. Also der Sommerschnitt hier bei dem Apfelbaum war viel besser wie dieser Winterschnitt. So, warum kommt der Ast weg? Ja, weil er eigentlich beim Rasen nähen stört. Das ist jetzt nicht, weil das irgendwie mit der Anatomie des Baums irgendwo zusammenhängt und gegeben wäre. Also es ist manchmal einfach so, dass Äste auch Zweige stören bei anderen Tätigkeiten. Ja, wie gesagt, der hat toll getragen. Deswegen werde ich da jetzt auch wenig zurückschneiden. Der hat wie gesagt auf den Sommerschnitt vor zwei Jahren super reagiert. Hat ganz wenig ausgetrieben. Hier, da müssen wir mal was wegnehmen. Und zwar den hier. Die kommen sich hier ins Gehege. Ich denke mal, das sieht man. Das wollen wir nicht. Also weg damit. Viele von diesen kleinen Dingern lasse ich aber stehen. Die stören mich überhaupt nicht. Der ist noch lange nicht spillerig, der Baum. Ich finde sowas ganz in Ordnung irgendwo. Und da wird er auch Äpfel dran tragen, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. So, mal weiter gucken. Wie gesagt, ich nehme jetzt nur das zurück, wo der Baum sich so ein bisschen selber ins Gehege kommt. Wie hier zum Beispiel. Nicht das, was man eventuell nach der Theorie alles zurücknehmen könnte. Wir haben ja jetzt Februar, die Zeit des Winterschnitts. Ja, das ist ein bisschen sehr chaotisch hier. Wo eigentlich da was fällig ist. Aber da bin ich jetzt sehr behutsam mit dem Baum. Ehe der mir wieder so brutal explodiert. Auch sowas hier. Das kann ruhig weg. Lass mal gleich liegen. Kann der Rasenmäher irgendwann im Frühling mitnehmen. Oder der ist abgebrochen. Ja, dann sehe ich eigentlich nur noch hier die Notwendigkeit. Der ist echt ein bisschen merkwürdig. Der geht da so in den Baum rein. Das muss nicht sein. Mal gucken, ob wir den mit der Schere abkriegen hier. Ah, müsste gehen. So. Ja, ich denke mal, das war es jetzt von mir aus hier auch schon. Mehr habe ich hier nicht vor. Dann können wir auch wegschneiden. So. Auch da oben, dass es da mal so zwei, dreimal in dieselbe Richtung geht. Wo einmal ausreichen würde. Das stört mich überhaupt nicht. Da ist gar nicht so viel extrem Fruchtholz dran. Und das hat er letztes Jahr super gepackt, der Baum. Also, das war eine positive Überraschung. Eben als Reaktion auf den Sommerschnitt vor zwei Jahren. Und wenn, dann wird er im Sommer wieder zurückgeschnitten. Im Spätsommer nach der Ernte. Und ja, relativ früh diese Äpfel hier. Im August, September. Anfang September habe ich die geerntet. Und das ist mir viel lieber, wenn er dann zurückgeschnitten wird. Und nicht irgendwo jetzt kräftig zurückschneiden. Und in zwei Monaten explodiert mir der ganze Baum. Das ist eigentlich dann ja nicht das, was man damit bezwecken will. Ja, also, den lasse ich so. Klar, wenn ihr Gegenvorschläge habt, gerne. Ich bin ja immer für die Meinung von anderen Leuten offen. Ich richte mich nicht immer danach. Das muss ich gleich dazu sagen. Aber es sind ja häufig auch vernünftige Überlegungen, die andere Gartenfreunde dann anstellen. Und doch kann man immer wieder selber auch dadurch was lernen. So, das wäre dann Nummer zwei, wo ich was abschneiden musste. Beim Zwetschenbaum. Da ist nämlich einmal hier geradeaus. Ich hoffe mal, dass man das auch sehen kann. Da ist ja ein Ast abgebrochen. Ziemlich weit oben. Der ist aber noch nicht runtergekommen. Den müssen wir auf jeden Fall abschneiden. Naja, und dann einige von diesen, die so senkrecht hoch gehen. Die sieht man eigentlich von der anderen Seite besser. Ich gehe da jetzt mal rum. Kann man das besser sehen. So, einmal hier. Ja, hier. Die hier jetzt so geradeaus auf dem großen Ast hier. Da sind die oberhalb von dieser Vogeltränke, die im Moment überhalb installiert ist. Da sind so mehrere, die nach oben gehen senkrecht. Also die kommen auf jeden Fall weg. Ja, müssen wir mal sehen. Und dann, und dann, und dann. Ja, was kommt noch? Ach, hier weg. Nein, es kommt nicht weg. Es kommt auf jeden Fall, muss ich da oben an diese, an diese, an diesen Nistkasten rangehen. Da war wahrscheinlich, ich vermute, ein Waschbär dran. Und hat da also wirklich vorher diese Klappe da demontiert weggenommen. Wahrscheinlich Brut rausgefressen im Frühjahr. Die Viecher sind ja zu allem fähig. Diese Waschbäre, die laufen hier auch rum. Und noch nicht so extrem wie woanders. Aber doch immer wieder mal tauchen hier welche auf. Scheißen im Garten stinkend. Also widerliches Viehzeug da eigentlich. Auch wenn die ganz putzig aussehen. Naja, okay. Gut. Also deswegen muss ich hier jetzt ran. Und da brauchen wir eine Leiter hier vorne noch nicht. Und jetzt geht's also los. Ja, es ist ja tatsächlich sogar die Sonne so ein bisschen rausgekommen. Das heißt mit anderen Worten, es ist alles richtig. Ich soll das heute machen, dann mache ich das auch. Halt. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall erstmal das Stück Holz. Das Stück Holz, was da fehlt. Das ist das hier. So, an der Mütze habe ich auch wieder die Insta360. Damit ihr das auch genau sehen könnt. So, also dann mal rauf hier. Die Leiter musste ich auch erstmal aus dem Winterschlaf wecken. Und wir uns diese Geschichte mal angucken hier. So. Ja. So wie geht das denn hier aus. Da ist also ein Nest drin oder die Reste eines solchen. Und der Scheiß muss natürlich dann raus. Einigermaßen sauber machen. Hier ist nur so ein bisschen. So. Dann können nämlich hier neue Vögel, neue Meisen, können sich dann hier niederlassen. Da waren drin gewesen diese ganz kleinen, diese Blaumeisen. Ne, das ist so glaube ich so nicht. Das muss so rum. Kräftig da rein drücken. So müsste das wieder gehen. Bin ich mal gespannt. Und hier oben sieht man dann gleich auch so ein paar Äste, die weg müssen. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt als nächstes auf dem Programm. Ja. Was ist das denn? Nicht mehr. So. Das ist ja immer der Witz bei der Geschichte. Man muss also das Gerät arbeiten lassen. So. Jetzt war hier aber noch was. Und zwar dieser Ast, der hier so rüber geht. Ja. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. So. Ja. Ja. Ne. Batterie ist ziemlich leer. Oh. Nicht aufgepasst. Der Akku ist leer. So. Die werde ich erst jetzt großartig aufladen lassen. Hätte ich natürlich vorher gucken können. Dann verpennt, kommt dann das andere Gerät zum Einsatz. So. So. Und kommen runter hier. Ja. Die haben auch ganz schön lange Dornen. So. Das kriegen wir jetzt. Also ohne Handschuh läuft da nix. So. Das sind so die Prungel, die da ruhig abkönnen. Und die sind gefährlich, diese Dornen. So. Das war's. So. Also eine Arbeit mal wieder so weit auf die Reihe gekriegt. Ja. Da muss ich mal diese Fenster aussuchen. Ne. Wenn's einem einigermaßen geht. Die Knochen wollen und was weiß ich. Aber das sind so Krankheitsgeschichten. dann werde ich euch mit Sicherheit nicht mit belästigen. Nur wer immer meint. Ja. Der kann ja immer noch. Der macht ja alles. Also. Genau wie bei euch. Hält sich das in Grenzen. Was ich kann und mache. Das ist nun mal so. Mit den Fortschreiten der Jahre. Deswegen habe ich ja so viel Hochbeete. Hab meine Gärtnerei von der Fläche eben etwas in die Höhe verlagert. Damit man das eben noch schafft, was man schaffen kann. Guck mal. Jetzt ist das Ding übrigens auch wieder voll hier. Mal gucken. Hier ist doch so ein. Hier sieht man das. Vier Stufen. Ja. Vorhin war nur noch eine am Flackern. Deswegen wollte der nicht mehr. Jetzt klingt der wieder total giftig. Wie sich das gehört. Das war dieser Ast der abgebrochen ist. Der im Prinzip eigentlich nicht ab sollte. Ne. Der musste nur ab. Das ging nicht anders so. So. Den müsste er aber eigentlich so packen. Ja. So sieht das aus. Und das vorbereitet ist das Schreller gut. Hier die etwas spieligeren Äste. Die so verwickelt waren. Die anderen hier oben. Die geraden. Denke ich mal. Ist überhaupt kein Problem. Die jagen wir so da durch. Aber die anderen mussten halt doch ein bisschen auseinander geschnitten werden. Ja. Mit dem Schreddern werde ich jetzt nicht groß rum nerven. Das haben wir schon oft genug hier im Film gehabt. Nur eben wie der Schredder gleich anläuft. Und dann gucken wir uns hinterher das Ergebnis an. Ja. Dann seht ihr das Ergebnis. Was ist dabei rausgekommen. Hier diese Karre. Nur so zwei Dritteln voll. Mit Schredder gut. Und das ist wirklich klasse. Da kann man absolut nicht meckern hier. Ja. Der Turbin Cut von Bosch. Das ist schon optimaler Häcksler. Optimaler Schredder. Ich habe mir den ja damals gekauft. Vor ein paar Jahren. Und ich muss sagen. Also das ist ein tolles Gerät. Wenn er den kauft. 450 Euro ungefähr. Müsst ihr dafür einkalkulieren. Manchmal gibt es den etwas billiger. Manchmal ist er etwas teurer. Ja. Das Axt. Ist irgendwie so eine Bezeichnung halt. 25. Der Witz dabei ist dann hinten. Das TC. Also Turbin Cut. Das muss er haben. Das ist dieses drehende Messer da drin. Was also wirklich alles super klein häckselt. Von diesen Amateurschreddern ist der garantiert der beste. Jedenfalls meiner Ansicht nach. Hat sich voll bewährt hier die ganzen Jahre. Ja. Ich denke mal. Das Zeug hier. Das ist garantiert nicht verkehrt. Um damit hier die Kiwi Beeren zu mulchen. Das müsste gehen. So. Die Tage habe ich hier schon mal das Unkraut abgehauen. Was da noch so grün um die Ecke guckt. Aber hier. Das müsste funktionieren. Wenn das trocken wird hier im Garten. Dann pflücken die Vögel hier sämtlichen Mulch auseinander. Weil die da natürlich noch was drunter zu fressen finden wollen. Das ist nun mal irgendwie den Tieren ja auch nicht zu verdenken. Man will ja Vögel im Garten haben als Gärtner. Wenigstens die ganzen Singvögel. Die schönen. Die einen im Frühling morgens wach machen. Ich finde das toll. So. Jetzt muss ich mich um die Regentanks kümmern. Ja man darf damit auch nicht zu lange warten mit dem Föllen der Regenfässer der Regentanks. Ich hatte ja letztes Jahr da hat das super hingehauen. Da habe ich also Ende Februar nochmal das letzte große Regentief des Winters mitgenommen. Und da waren sämtliche Tanks dann so naja noch nicht ganz voll aber doch ziemlich gut gefüllt. Und ja anschließend März April fing ja schon die Trockenheit an. Und das ging dann bis in den Mai rein. Ja da hatte ich dann immer genügend Wasser. Das war schon gut. Und wenn man das verpasst, der März ist ja eh im Grunde der trockenste Monat neben dem September hier bei uns. Ihr kennt ja das alte Wort hier, das alte Gedicht hier im Märzen der Bauer. Als Lied sogar gibt es das. Im Märzen der Bauer die Röstlein anspannt und bringt seine Wiesen und Felder in Stand. Ja das war natürlich früher immer so. Weil da konnte man dann aufs Land, da konnte man auf den Acker gehen um die Jahreszeit. Weil es im März eben sehr trocken war. Jetzt ist es manchmal im März besonders trocken. Wenn ich dann hier meine Regenfässer anschließe, dann kommt ja nichts. Und deswegen muss ich das vorher machen. Warum geht das eben nicht so im Januar schon? Ja es darf auch nicht zu strenger Frost sein, wenn es zu strenger Frost ist. Dann frieren mir als erstes die Anschlüsse kaputt, die aus Metall sind unten. Nun sind die nicht teuer. Ich habe da mal so ein Ding zu riskieren. Die hätte ich also irgendwann mal bei all den ganzen Schwungen auf Vorrat gekauft. Erst mal ein bisschen Frost können die ab. Dann habe ich die geschützt. Und naja wenn dann mal einer kaputt gehen sollte, kann ja so ein neues Ding davor schrauben. Dafür 1,50 Euro ist das kein Problem. Wenn man die auf Vorrat hatte, muss natürlich nicht unbedingt sein. Aber irgendwie ein bisschen Vorsicht ist schon geboten. Sollte es dann allerdings mal richtig streng Frost geben und so ein Ding ist voll, kann natürlich auch der Tank platzen. Der ist zwar flexibel, also meistens friert es dann auch nach oben. Die Seiten können schon ziemlich was ab, wenn man oben Platz lässt. Ich habe da also schon richtig mal gefrorene IWC Würfel gesehen. Hier nicht bei mir im Garten, aber beim Bekannten. Die können schon was ab, aber man muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Und deswegen, die beiden, die sind jetzt soweit okay gefüllt. Der eine halb, der andere ganz. Oder naja, so viel ist oben noch Platz. Und jetzt wird der hier vorne, der mit der einen Haushälfte gefüttert wird, der wird jetzt angeschlossen, damit er eben vom Regentief, was in Aussicht gestellt ist, was also jetzt kommen soll, damit er also von da erstmal ordentlich Wasser kriegt. Und ja, da wird dann auch, denke ich mal, lassen wir so zu drei Vierteln volllaufen. Und dann ist erstmal gut. Was noch nicht angeschlossen wird, ist die 3er Batterie hier links, die an der Gartenhütte steht. Die lasse ich erst nochmal außen vor. Aus Sicherheitsgründen. Okay, dann wollen wir mal gucken. So Leute, es geht los. Also jetzt als erstes mal hier oben eben die Sache soweit verklaren. Das Regen, fast der Regentank, der voll soll. Wie sieht das da im Moment aus? Also, da sehen wir das. Den müssen wir natürlich zumachen, weil der soll jetzt in den anderen Tank, soll ja nichts rein. Vor allen Dingen in die Gartenhütte soll nichts rein. Ja, hier sieht man das. Die Ringleitung zu den anderen Tanks ist noch immer unterbrochen. Dann werden wir das Ganze aber so ein bisschen hier mit Folie, mit Folie, mit Folie abdecken. Damit uns das nicht sofort verfriert, wenn es denn mal kalt werden sollte. Immer natürlich doppelt das Ganze, soll ja auch was nutzen. So, zu ist es. Ja, zu ist es. Damit uns das beim angesagten Sturm nicht gleich alles wegfliegt, wird das also auch hier mit den Steinen so etwas befestigt. Das müsste passen, ne? Jo, Zeit, dass wir uns mal der Regentonne widmen hier, ne? Das ist ja das Fass, wo hier vom Dach vorne, von der Westwindseite das Wasser gesammelt wird. Das war jetzt natürlich die ganze Zeit so eingestellt, dass kein Wasser reingelaufen ist. Bei Frost können wir das nicht brauchen. Aber es ist ein gewisser Bodensatz da. Und der ist natürlich dreckig, weil da kommen natürlich Blätter mit und so das eine oder andere. Was sich dann absetzt, die Pumpe steht auf der Platte, die hier vorne gerade aufgerichtet am Rand steht, etwas erhöht. Damit die nicht immer den Bodensatz mit einsaugt, den Schmutz von ganz unten, damit er sich absetzt. Und der ist jetzt unten drin und den hole ich jetzt raus. Zum großen Teil einfach hier, in dem das ganze aufgewirbelt wird. Alles mal so ein bisschen hier in die Wallung bringen. Dann sieht man das hier, herrlich schwarz, herrlich dreckig. Da ist der Schlamm drin und der kommt jetzt weg. Dann hole ich die Pumpe aus dem Keller. Hier kann man es schön sehen. Dann wird angeschlossen hier. Jo, das war's. So, eingesteckt ist es. Das kann hier liegen bleiben. Und da müsste jetzt auch ordentlich Regen kommen. Dann können da schon die ersten 800, 900 Liter nach oben gepumpt werden. So, heute Nacht hat es kräftig geregnet. Man hat es gehört, wie das Wasser plätscherte. Jo, das sieht ganz normal aus. Bei jedem Pumpvorgang, das hatte ich ja mal ausgemessen, werden so knapp 50 Liter nach oben gepumpt. Wenn die Pumpe hier also zuschlägt und anspringt. Jetzt tröpfelt es nur noch so ein bisschen. Okay. Wollen wir erst mal gucken, was das Wadenhaupt heute Nacht geregnet hat. Jo, 28 Millimeter, das ist ja eine Packung. Das Dach des Tanks hier ist als beweglicher Deckel ausgeführt. Da kann man immer gut nachgucken. Ja, bis oben hin voll ist natürlich momentan noch nicht gut, denn es ist wieder Frost angesagt. Also so 150 bis 200 Liter lasse ich dann doch erstmal wieder ab. Jo, und auch die Pumpe hat ihren ersten Einsatz hier in diesem Jahr gut gemeistert. Und jetzt kommt sie auch wegen des Frosts wieder in den Keller zurück. Aber mit dem Frühling, das wird wohl doch noch eine Weile dauern.